Der Altersdurchschnitt in meinem Heimatort in Liebenau, der beträgt jetzt ohne groß zu übertreiben ungefähr 104 Jahre. Deswegen ist er alles auf alte Menschen ausgelegt. Im Sommer gibt es zum Beispiel immer so Ferienpassaktionen, speziell für Senioren. Da haben sie auch immer total liebe Aktionen dabei. Letztes Jahr im Sommer, da haben sie zum Beispiel alle gemeinsam einen Sarg geschnitzt. Also jeder seinen eigenen.